um hallo Leute und kommt zurück zum Let's Play Happy We Heels mit mir dem Araki Jo wie immer Pro Levels bisher schon und nach kurz auf äh Sortierung auf Sterne gut was gibt's hier mhm das hatten wir glaube ich alle schon könnten get the man das hatten wir auch nicht ja ok das ist etwas laut ich mach kurz den Sound etwas leiser ok so äh sorry sorry das müssen wir in den Killen oder was so aber jetzt das gibt's doch nicht so aber jetzt hoch Prozent m m m m m m das war mal geil noch dran hängt an dieses Ding schade wäre so geist ich muss sagen nächstes was gibt's denn hier Demo hatten wir das? weiß ich nicht aber das hat mir das hat wir nicht das hat dann jetzt geil sein so voll easy ja press, habe ich schon gemacht äh, geh wieder was ach, jetzt gewonnen das war ein einfaches Level muss ich zugeben Backwards, Bottler ah, Flashtrend scheiße und dann noch zurück damn it äh ach fuck sorry neiiin ja, richtig Level nein ich hätte es ich hätte scheiße hätte ich es nicht ach das gibt's doch nicht was weiß ich für die Scheißdrehung wird nein fail hoch 5 ach, komm, Superbottle Runs, schaffe ich auch gewonnen, jawoll verarschen das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht wusste ich nicht scheiß Minen, scheria gar nicht Lern ich hätte sich hätte es ich brauche die Technik ja ich bin doch gut jetzt wird noch mehr dabei zu lernen es geht ja auch nicht Prozent epic surfing n n r ich stehe jetzt nicht aus schon sagen gewonnen n ok greppte Token trete es erreicht die 60 was war das jetzt so rarke er versteht das Ding wir wollen easy 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 es geht der Box äh es gibt die Box ist gehrt dem Wort okay und zu tun machen auch kärte Wie soll man das überleben? Ich könnte mich nur... Ja, so wie... Jawoll! Schafft man das? Wenn ich so klein bin? Vielleicht... Nee, das schafft man nicht. Das geht nicht. No, das geht nie im Leben. Äh... Skateboard-Kit. Na was jetzt? Jetzt sehe ich nichts mehr. Okay, schau mal vom Fahrrad ab. Ja, komm! Jawoll! Ah, hey, mein Sohn, komm mal her! Oh, jawoll, mein Sohn. Gute Arbeit! So viel Scheißlevel. Hm, hm, hm. Extreme-Hops-Demo. Ah, ja. Ha, 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 ha. Gabel. Das war... Ab und... Dann, ne, 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 ne. Fastendank. Und, und, und. Und, und. Jawoll, 1 zu 0 für Araki, erbete, die Araki, erbete. Die Araki, erbete, gewinnt. Das wiederum Korp. Und... Und... Das wiederum Korp. Es wiederum Korp. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha. Was muss ich tun? Hm, hm, hm. Drone Level. Das könnte was Geiles sein. Sieht aus wie selbst, irgendwie gemalt, gestrichen. Oh, oh, oh. Gestrichen. Hm. 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 Ja. Ja. Jawoll, gewonnen. Perfekt. Heute bin ich echt gut drauf. Richtig geil. Kill Justin V. Wo ist eh? Ist der doch? Don't V. You can kill him. Und wieder... Gebt kein bisschen. Raid. Ich hätte dir drei Sterne gegeben. Das hätte ich gemacht. Warte, nochmal kurz. Vielleicht war es ja ein epischer Bug. Ne, war es nicht. So. Das hatten wir schon. Backward, ja. Aha, aha, aha. Ich würde sagen, wir machen... Ich bin jetzt nicht gefangen, oder was? Äh, will you live. I live 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 live. So. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. sich jetzt machen nun mal ein ich schon so guten anfang und dann verlegen weisskalt so Prozent das war 0 die Kantar nicht was ins Gesicht wenn ich könnte auch einfach langsam fahren und jetzt verpiss dich jawoll ha 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 deine Mama oh mein Gott ja jawoll gewonnen und sorry äh Adventure hört ho ho office hero h Prozent Prozent der Kälte Joke ist mein Partner Jürgen der Eintracht Prozent Prozent aber genau so dass man zettelte Eierweiter über Tod schlösschen aber mein kopf ist weg schausten level kennt das ich nehme ich nehme das hier Prozent die Stin kaputt machen und was war das nächste gewesen ich könnte man die abruhen okay ich würde sagen wir machen alle drei sagen es nur glas nach so er wird das ist ein bisschen scheiße es ist etwas lang langweiliger dieses glasbrechen aber naja ich mach das so scheiß dickes glas man hier ist schon kaputt um ich glaube dass die gehen da gebrochen er hat so nicht mehr zum hapun rennen das schaffe ich immer was war das denn so noch mal ich habe eine andere Idee und zwar hey was willst du denn du scheiß Mongo ich hab's überlebt mal was das Kind tut noch mal mein genau das ist eine schlechte Idee ich brauch eine andere Taktik und zwar vielleicht bin ich etwas so nach nach links drehen so scheiß Idee oder ich drehe mich einfach mit dem Fahrrad zu den Apulendingern das heißt nicht mit dem Kopf nach hinten so ja 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 naja toll was ist passiert ich habe ich hatte verloren wie geht das denn ich ich lebe doch noch was ist damit Mann was für Headshot und sogar noch von der Metzlager wird aus der Welt geflogen das gibt es doch nicht schon hier fliegt aus der Map letzter Versuch und dann gehe ich schlafen R da noch ein Versuch go 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 los 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 oh mein Gott gut glück compliment an true toad sob in defense so gut denn Kontrol okay okay ready ja 3 gar nicht gecheckt ich habe diesmal irgendwie was gemacht oder gedrückt oder was auch immer hatten wir schon zu verboten Prozent hier ist der wird von mir dran zu könnten glas glas egal wir kommen zu glas von der machen ach so gut aus wie es zu verschiedenen level die man machen müsste ich würde sagen wir machen ich mache es mal einfach also nun die leute für echt noch nur die geist nur hättest gibt es doch nicht jetzt wieder kaputt du scheiß glas moment ich habe eine bessere idee und zwar springe ich jetzt drauf kann ich springen stimmt hier so ist noch kurz ein jump hä wow fast wieder tot äh ich würde sagen wir machen jetzt willst du mich verarschen komm ein stück noch naja was ist das denn da war nicht doch ich mein ziel sagen wir machen gleich machen gleich noch nicht das hier aber nicht so schwer ich würde sagen wir machen noch so ein ding aber da nicht dieses ähm was habe ich gerade eben gemacht nicht pro wie ist denn das aber wir haben es schon mal geschafft wie heißt denn das ding was wir gerade eben gemacht haben ist das ding hieß das ist Jim das ist Jim von Nacht gut gut Job Team das Ding gewonnen muah ha 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 äh ich würde sagen wir machen noch ein Level äh die dead by arrows schon die zu ich bin tot mit dem ich habe gewonnen das ist fast noch nicht mit der Rügel mit der Rügel fiktorin mein kraft Pro Pro er hat es noch mehr locker war wie wird sie schon bei Pekiz in der Ozean bei Ozeanort übertreibt beim Wolf Prozent und investiert Flaxen das Lamar kommen das schaffst du das schaffst du was machte den Scheiß ich hab' nun beste Idee und zwar Schocken her und dann A bist du behindert Dreckskind jawoll so ich will breakdance nein komm breakdance break break breakdance so Einsprung das gibt's doch nicht nein 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 Kripa du musst wird a da man war ich habe es geschafft kommt 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 und und wer das halte derzeit und das ging mir voll in die Hose nein ich will nicht die Geduld gleich meistens hier aus die Hand aus dem Fenster aus die Hand das gibt es nicht und Grieber es geschafft 13 Sekunden gebraucht wird sagen wir machen noch eine Map und zwar das ist dann die beste Bewertung mit wenn ich gut sagen möchte ich bin jetzt nicht die Tief Prozent Prozent da hat er richtig fahren Prozent k und er war gut eingefahren machen noch die Welt und dann was war das denn jetzt wo ich jetzt mapen wo ist das Minecraft Quiz könnten doch das machen aber ich bin nicht so ein Minecraft Pro deswegen könnte ich nicht alle fragen wissen was war das denn hallo das ist ganz einfach schon who made Minecraft ja not ich dachte das ist wenn ich brauche den Jaffer ich war auch ein bisschen behindert das gibt es achten wir den hier der springt noch wenigstens so ein deutsches ist warum nehmen ob es ein mein kraft machte scheiße ich denke dass wir zu überlegen ich würde sagen dass sie in 30 werden zu viel für 30 und von sich mit 6 37 also ich denke dass sie 20 getippt soviel gibt es glaube ich kann es Prozent 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 Kind auf Block ist es Ahrer rt rt es ist richtig das gibt es rottler rottler wird ein weg glasbrecht rt naja es ist selbstverständlich auch gewinnen ja dann würde ich sagen wir machen noch die Map und dann fern wir echt Jörg das ist das denn das Hundert ging ich gegen die Wand der Sparrow ja Leute das heißt Prozent das war schon mal von der Folge ich hoffe wir sehen dann nächstes Mal wieder wenn es heißt Let's Play Happy Weels mit mir dem Araki und ich hoffe ihr lasst mal einen Kommentar da oder ein ein Daumen nach oben oder dann noch unten wie ihr halt bewerten wollt ja dann bis zum nächsten Mal wenn es heißt Let's Play Happy Weels mit mir dem Araki Ciao Leute